So meine Freunde und herzlich Willkommen zu Xenoblade Chronicles, wir sind hier bei Get Old und wir sind jetzt im Kraftfeld, das war nicht meine Absicht, ja wir haben im letzten Part die Cutscene gehabt, er ist wieder angekommen bzw. er ist wieder bei uns und wir werden ihn jetzt ordentlich vermöbeln, ich hoffe ich einfach mal deswegen, wir probieren es und ja wir starten gleich mit einem schönen Kampf meine ich, aber vorerst machen wir den hier hoch um unsere STR zu stärken und machen erstmal alle Buffs, die wir haben. So erstmal schön die Energie hoch, wenn wir uns, falls wir die Akkus ziehen, auch lassen wir uns überstehtig heilen können. Jetzt sind die ganzen Absorb-Teile und jetzt müssen wir dran, setzen uns die Gruppenleiste hier, oh Schalke ist besoffen, aber das hat die Schale ja gut gelöst meiner Ansicht nach, so jetzt haben wir die Akku auch, das kann Schalke mit Backstation sowas schön angreifen. Ach du Scheiße macht der viel Schaden, ne? Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, so Penn mal kurz, Immuna, Kacke. Wäre ja auch ein bisschen komisch, wenn er dagegen nicht immun wäre. Er ist, ah, vier Level höher wie wir, das ist eine ganze Menge eigentlich, aber egal, wir probieren es. Kreuz, zacken, ist das das? Achso, das wird die Etappe wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich. Und ich bin ohnmächtig, Hilfe, ich bin ohnmächtig. Danke, Schala macht gute Arbeit, weil das gefällt mir. Deswegen, und die helfen uns sogar hier gegenseitig sehr schön. Vorbei, was ist das denn? Was soll das denn jetzt gewesen sein hier? Jetzt sagt mir nicht jemand in den Kommentaren, ne, du hast was vorbeigeschlagen, gespacken. Ich brauche die, ich brauche die Chain Attack ganz nötig, ganz nötig, ich brauche die Chain Attack jetzt, ey. Was macht ihr jetzt? Schnellkanone. Yo, 4000, das geht, das ist noch, ähm, ne, das ist noch möglich, das, das kriegen wir, das kann ich abwehren. Schalke, Wahn, mach mal Heilschrot. Naja, das war doof. Egal, wir werden eh alle aufgeheilt durch den Heilschrot, das ist ja sehr schön, von daher, egal. Jetzt wird Schala angegriffen. Wie dumm ist das denn? Ja, ich auch noch, oder was? Schala. Ich muss mich aufheilen. Und ich hab gern nix an Gruppenleiste, ne, nix. Gar nichts. Das ist echt scheiße. Ein Viertel haben wir gar mal abgezogen, wenn nicht weniger. Das ist jetzt... Kreuzzack, schon wieder, ey. Schon wieder wird er... Ja, sie sagt Gero, und Gero tötet sie, ne? Ja, obwohl er kann ja nix dafür, ne? Aufmuntern erstmal. Und, kann ich sie nicht warnen? Ich kann sie nicht warnen. Scheiße, 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 ich muss so schnell... Jetzt müsste ich sie auch warnen können. Äh, egal, müsste ich gleich wiederbeleben eben. Hä, jetzt greift er sie nicht mehr an? Äh, strange. Was macht er jetzt? Macht er jetzt gar nichts mehr? Sieht so aus. Ja, okay, dann machst du nix mehr. Jetzt kommt die Schnellkorn oder auch Schala. Yo, jetzt baller sie ab, ey. Baller, baller deine Freunde mal so richtig an, ey. Ich baller mir dann auch gleich ein, ey. So. Ist die Zukunft wieder ge... Ne, ist sie nicht. Ich kann Schalk warnen, zum Heilen, mach ich auch mal. Ich muss aber Schala eigentlich warnen. Aber mit ihr... Kann ich nämlich... Den Heilschroh machen, den hab ich nämlich jetzt auch vor. So, mach mal zu. Zack. Das kostet mir jetzt zwar mega viel Points, aber... Ist mir egal. Das mach ich jetzt einfach mal. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, Leute. Vielleicht merkt ihr das. Bisschen strategisch jetzt hier kämpfen mal. Das muss der Zero auch mal lernen können, machen. Laserkugel. Wo ist der denn? Hallo? Hallo? Boah! Mager, du sollst kein Atom... Boah! Eine Atomexplos... Das war es? Wirklich? 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 Okay. Wie kannst du eine Hand auf Schala legen? Du sollst sie lieben. Sie selbst zu lieben. Ich weiß nicht, oder interessieren. Es verändert nichts. Nein! Du hast immer mich und Juju schraubt. Das ist nicht du. Ich sagte... Ich weiß nicht, du. Ich habe diesen Körper gebeten, so dass Egil's will sein wird getan. Dieser Körper fühlt sich großartig. Its Bewegung ist so präzise. Wir sind unverletzbar. Wir sind eins. Es ist perfekt in der Körper und der Körper. Du musst das nicht machen. Schau auf Fiora. Sie hat sich wieder gefunden. Wo auch du bist, musst du immer wieder fühlen. Absurd! Dann schau uns aus, Charla und alles. Wir haben alle gesehen, dass du einen Sekunden verletzt hast. Du sollst nicht sein, oder? Oder hast du das Pferd, was du an einem Körper verletzt, verletzt dein Ziel? Schau dich! Schau dich! Das war deine letzte Chance! Er ist nicht verletzt. Die Geschichte über Gado von Kolonien 6 sind wahr. Nur, er kann sie noch nicht verletzt. Er hat Charla auf der Grunde genommen. Gado. Du bist wie ich war. Du kannst du, was du bist. Gado, bitte! Du kannst mich nicht vergessen? Es ist Charla! Witter und sterben, als all die Leben auf meine Honest Wille! Feel our wrath! Schuck. Du kannst du immer noch mit der Monada benutzen? Fiora? Nein! Du bist... ... ... Okay, wir versuchen. Ryan, wir müssen Biora helfen, eh? Komm schon, richtig! Birne vermöbeln, dass du dich gefälligst an Schal erinnern kannst, sonst kriegst du es mit mir zu tun hier. Und jetzt lass mich in Ruhe. Alter, das war der Schmetterschlag, der hat 10.000 gemacht, hab ich gesehen, ey, krasse Scheiße. So, jetzt müssen wir auch unsere Chain Attack voll machen und das sieht gut aus, sieht sehr gut aus. Deswegen ganz schnell jetzt hier, komm. Wir brauchen aber die Mutleiste höher, damit wir eine höhere Chain Attack machen können. Ich glaube, so war das, glaube ich, dass man so eine Fähigkeit hat im Skillbaum, dass das ungefähr so war. Ist er hinter uns oder vor uns? Er war hinter uns. Gut, wir schlagen noch ein bisschen zu. Was ist das denn jetzt, wie ich hier? Leute, konzentriere mich auf Gettles. Das sieht cool aus, das sieht cool aus. Richtig, ramm die Schwerter so richtig in ihn rein. Nicht schlecht. Laser Kugel. Okay, es lohnt sich jetzt eigentlich gar nicht mehr, eine Chain Attack zu machen. Von daher, wisst ihr, was mache ich einfach? Ich mache es einfach. Hä, wo darfst du denn jetzt hin? Wo darfst du hin? Soll es Gettles angreifen. No plan, was du da machst, Sharda. Äh, Fiora. Hat keinen Schaden gemacht, ne? Ja, geil. Ja, geil. Es hat nicht einmal Schaden gemacht, ne? Und jetzt wird... Der hätte so viel Schaden gemacht, ne? Und dann... So ein Scheiß, ey. Oder hat der getroffen? Wie das aussieht schon? 88K. Das ging eigentlich, ne? Ist auf dem Schaden her, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Wo ist er jetzt? Ah, ne, jetzt macht er seinen Flugangriff, ne? Übelst du zerstör... Boah! Was ist das? Hilfe geht der Junge ab, ey. Muss ich jetzt alles von vorne nochmal machen? Ne, oder? Ne, really. Das sieht so aus, oder? Okay, dann probieren wir es. Gettles. Die zweite. Ich hoffe, wir haben den ersten jetzt schon hinter uns. Sonst wäre es erst ein bisschen lame, wenn ich das jetzt nochmal machen müsste. So, sehr schön Mut hoch. Oh, oh, oh. Ja, ist die zweite Stufe, ist die zweite Stufe. Das sieht man schon an den Meckons, die da nebenhocken. Aber die interessieren uns alle nicht. Und interessiert nur der Große hier mit dem... Aha! Seht ihr das? Die Räder da hier hat. Das sieht aus wie solche Stöckelschuhe. Der Typ hat Stöckelschuhe an. Nice, ey. Bist du von der Transe? Get old. Deswegen hast du Schardach verlassen, wa? Da hast du... Hast einen Kerl gesucht, wa? Jojojo, war klar. War mir klar, war mir klar. Und jetzt will sie unseren kleinen Schalke vergreifen. So, und jetzt wieder auf Gerdolt drauf hier. So, zack. Nehmen wir kurz Agro und jetzt kommt nämlich der schöne Schlag von uns. Linear Laser 5. Was macht er denn? Ah, fast 5000 Schaden. Deswegen Linear Laser 5. Ich will Gerdolt angreifen. Warum kann ich ihn nicht anvisieren? Warum? Ich kann ihn nicht anvisieren. Achso, ich hab eine Fähigkeit drauf, die... Oh, deswegen, ey. Oh, diese scheiß Viecher machen meine Aura drauf, dass ich die anvisiere, ne? Das kotzt mich gar ein bisschen hier an, ne? Aber nur so ein bisschen. Voll. Drehschnitt. Oh, musst du mich jetzt angreifen? Du kleines, hässliches Etwas da. Was soll das denn? So, und warnen. Heilschrot. Heilfähigkeit. Und weiter geht's, ey. Meine Güte, ey. So, und den machen wir jetzt kaputt, weil er mich nervt, ey. Komm, geh sterben, Alter. Oh, muss ich mich noch nicht zu Döner verarbeiten hier. Und der Gerät für Arme. Es ist schrecklich, ey, wenn man underlevelt ist. Vielleicht muss ich doch noch leveln. Ich hoffe einfach mal nicht, ey. Geh down, danke. Und Mut hoch, komm. Und warnen, ey. Ah, Heilschrotten ist besser. Ja, klar, ne? Die wird sterben durch One-Hit von dem, ne? Kommt mal her, Leute, ey. Schalt geht aber weg. Schalt geht aber weg. Du wirst durch Aoe sterben. So, nein, 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 nein. Oh, der hat sich schon erschossen. Mann, das ist deine große Liebe. Wie kannst du sie nur töten? Du bist böse. Du bist böse, Digga. Böse. So, Zielzwang ist drauf, na super. Was macht er jetzt? Maga kann so mal mit aufhören. Ich hab doch gar keine Chance, wenn du das nur die ganze Zeit machst. Ah, ich werd nicht sterben. Ich werd nicht One-Hit. Geil. Schala, Wahn. Ne, brauch ich nicht. Das brauch ich jetzt mal nicht. Okay, let's give it our more. Jetzt auf ihn hier. Und jetzt ballern die mir drauf, ey. Zack. Und nochmal das Schild drauf. Boop. Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Sogar sehr gut, ey. Weil Scham auch geheilt hat wahrscheinlich danach. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir machen am meisten Schaden, sehe ich gerade. Das ist sehr schön. Das ist sehr gut, ey. Hätte ich nicht gedacht. Gut, die ganzen Zielzwang-Teile sind jetzt wenigstens alle weg. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir jetzt so hinkriegen. Laser. Alter, das ist so brutal, ne? Wie kann ein Gegner so einen Angriff haben? Ohne Witz, denn das ist eine Aue, ne? Die kann alle treffen. Das ist brutal einfach nur. Deswegen muss ich jetzt hier eigentlich weglaufen, ey. Ja, gut, Heilschroh hat's reingemacht. Sehr schön. Haut ab, Leute. Macht ja nur Schalk-Schaden, ne? Ja. Ja. Übertreibt doch mal. Komm. Ne, ich kann sie nicht warnen. Ich kann sie nicht warnen. Was macht der jetzt? Was macht der jetzt? Der macht das schon wieder oder sowas? Ja, ich crush dich auch gleich, Alter. Oh, ich brauch die Agro. Na, hier will ich sterben. Ich krieg's nicht hin. Komm schon. So, heil hoch, heil hoch. Etter Raub. Und jetzt wieder Doppel-Klinge am besten. Scheiße, zieh mal Akro. Zieh Akro. Greif's jetzt mich an? Nur nicht. Keine Ahnung, was er gemacht haben wollte, gemacht hat. Aber es hat irgendwie nicht viel gebracht. Ja, jetzt sind sie wieder da, ne? Ja, nee. Gerade will ich die Schaden-Tag gleich ready up. Ne, dann macht der gleich gezielzwang und habe mich am Arsch, ey. Ich will ihn angreifen dann und nicht die Viecher. Das ist so eine Sache, das ist einfach so. Jo, Overkill, ey. Was ist das? Da fällt die Sonne auf mich runter, oder was? Ah, leck mich. Komm, jetzt mach ich den hier ohne, ey. Scheißegal. Geht das sonst nicht anders, ey. Und Mut-Power hoch, ey. Ja, voll. Ich werd sterben, geil. Jetzt ist, ja, jetzt ist die Schaden-Tag ready, ne? Jetzt ist sie ready, ne? Und jetzt werd ich sterben. Ja, ha, ha. Alle tot. Das ist nicht euer Ernst, oder? Leck mich, Spiel. Leck mich. Ne. Das glaub ich nicht. Okay, Leute. Ich überleg mir die Taktik. Bis zum nächsten Part. Für diesen kleinen Spass-Tag da hinten. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.